Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchists. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 33 Cent, das heißt also wieder down. Der ganze Markt ist generell wieder sehr runter, teilweise sogar 9% hier bei Hive. Ich finde es immer ganz interessant, XRP ist so in der Regel eigentlich nicht der Top-Gainer oder Top-Loser hier in der Form, sondern eigentlich immer irgendwo im Mittelfeld. Es ist meistens nicht irgendwie Top-1-Gewinner, meistens nicht Platz-64-Verlierer, so in der Richtung. Bitcoin ist nicht mehr über 22.000, sondern leider wieder unter 21.000 gefallen. Deswegen auch der ganze Markt-Down-Trend wahrscheinlich wieder. Generell also bleibt abzuwarten, wo wir uns weiterhin bewegen werden. Bevor wir in das Video rein starten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von ING und hier geht es einmal um die Price Prediction von XRP. Und zwar tauchen hier jetzt immer wildere Preisspekulationen auf und wir haben hier teilweise dann sogar solche Aussagen wie 50.000 Dollar. Und da muss man einfach ganz klar sagen, also sagen jetzt viele YouTuber hier und auch viele Twitter-Influencer so, Ey, wir sind alle Fan von XRP, hoffentlich alle, die hier zuschauen oder wollen es vielleicht werden so in der Richtung und blicken auch vielleicht mal so ein bisschen hinter die Kulissen und verstehen da, was da passiert. Aber 50.000 Dollar pro XRP würde auf jeden Fall einen so kranken hohen Marktcap machen, dass dann halt Leute, die Trillionäre werden und so weiter. Stellt euch mal vor, Jed McCallop mit seinen 9 Milliarden XRP, das hätte dann jeweils einen Wert von 50.000 Dollar, das wäre beyond everything. Deswegen, wir alle sind Fans und wir alle wollen, dass es eben hoch geht auf 100 Dollar, 500 Dollar, was auch immer. Aber ich denke mal einfach, dass 50.000 Dollar und auch schon 35.000 Dollar pro XRP einfach eine so kranke Zahl sind, die einfach nicht leistbar ist bei einem insgesamten Umlaufsupply von genau 100 Milliarden. Von daher, ja, das wäre einfach beyond everything. Von daher, lasst euch da nicht auf alles eben wie ein, was man da so hört. Klar, man kann seine Meinung auch mal ändern, das ist keine Frage. Aber gerade sowas wie 50.000 Dollar, das zu callen, ist aus meiner Sicht auch, ja, sehr spekulativ. Dann geht es weiter mit der SEC, beziehungsweise James K. Fillon, der uns immer up to date hält, was bei der SEC und Ripple gerade so geht. Vom 10. Juli haben wir hier eine neueste Anordnung, beziehungsweise erstmal eine Anfrage dafür. Wird hier die Richterin wieder angesprochen und die SEC sagt hier, dass die ganzen Experten, so wie ich das mitbekommen habe, hier nicht genannt werden sollen. Das heißt also, dass es quasi nicht öffentlich sein soll, welche Experten da gefeatured sind. Aber es scheint mir so ein bisschen so, als wenn die SEC dann Angst hätte, dass dann diese Leute nochmal genauer durchleuchtet werden, die dann vielleicht als Experten angeführt werden. Und das ist natürlich immer kritisch zu betrachten, wenn es darum geht, dass die SEC das vielleicht nicht gerne irgendwie veröffentlicht haben möchte. Und dann nochmal so ein bisschen eingegangen auf diesen Scam. Ich hatte das ja im letzten oder vorletzten Video, wo es darum ging, dass ein großer Influencer da Werbung gemacht hat für diesen 500 Millionen XRP Distribution Scam. Also da ging es darum, dass quasi angeblich Ripple, beziehungsweise eine Scam-Seite da rumgeschickt wurde, wo dann angeblich eben 500 Millionen XRP verteilt werden sollten. War natürlich ein Scam, sollte man auf jeden Fall nicht drauf reinfallen und draufklicken. Und selbst wenn das so wäre, wenn Ripple das machen würde, A, würde es dann bei denen offiziell auf dem Twitter-Account gepostet werden, und zwar ganz, ganz groß. Und B, würde man dann da nicht irgendwie seine Seed-Phrases oder irgendwas machen müssen und nichts irgendwie, wie hier, ne, there is a full sign in mit Xoom, Ledger, Treasure. Ist auf jeden Fall auch schon smart gemacht und da sollte man auf jeden Fall nicht drauf reinfallen. Deswegen bitte, bitte, pass da immer genau auf und Ripple würde sowas auch nicht machen. Und wenn man auch genau hinsieht, dann ist das eben auch nicht die offizielle URL. Und da auch nochmal vielleicht ein Tipp, wenn ihr nicht sicher seid, ob das die richtige URL ist, wo ihr gerade seid, geht einfach auf das offizielle Twitter-Profil und guckt da auf die Webseite, die da verlinkt ist. Und klickt da drauf und wenn ihr dann die Seite immer noch nicht findet, bei euch da quasi in der neuen Session, dann ist die Seite eben Scam, weil dann kommt der von der Main-Seite nicht da drauf. Klar kann es mal sein, dass der Twitter-Account gehackt wurde und die Webseite und alles gleichzeitig, ne, dann kann man da auf jeden Fall nichts machen, das ist ganz logisch. Aber einfach solche Dinger sind sehr, sehr verbreitet. Deswegen müsst ihr da auf jeden Fall OER sein. Dann geht es weiter mit Leonidas. Er hat hier einmal die aktuellen Verkäufe von Jed McCaleb, der aktuell 4,2 Millionen XRP pro Tag verkauft. Das heißt also, dass er am 16. Juli, also jetzt in 5 Tagen, out of XRP sein wird. Am Samstag, also diesen Samstag. Und dann sind das insgesamt 8 Jahre, 1 Monat und 25 Tage, seit er diesen Sale angekündigt hat, um endlich 9 Milliarden XRP los geworden zu sein. Also hier kann man das Ganze sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und dann wird da mit Sicherheit nochmal vielleicht was passieren. Also das spekulieren ja manche, ne, ich will mich da jetzt nicht irgendwie drauf versteifen und sagen, oh, dann am 16. dann passiert eben was und dann passiert nichts und dann ist wieder Enttäuschung groß, ne. Von daher, ich hoffe mal, dass das einen sehr positiven Einfluss haben wird auf XRP und dass jetzt dann endlich Jed McCaleb da raus ist. Für die Leute, die nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, kann man das auf jed.tq.dev nachschauen. Also hier gibt es immer die aktuelle Balance und wie viel noch drauf ist. Wir sind aktuell dann bei, ach, kriege ich es hin. Okay, ist noch nicht aktualisiert, ist jetzt 2 Tage im Verzug, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf und der Wochendurchschnitt ist gerade, wie gesagt, bei 4,6 Millionen. Das heißt also, da ist noch ein bisschen was zu tun. Remaining in real time und dann hier remaining, also insgesamt. Dann haben wir was Neues von der Krypto-Insel und zwar geht es hier darum, dass heute das Flair-Netzwerk live geht. Und wenn alles gut läuft, dann werden in 8 Wochen die ersten Flair ausgeschüttet. Das heißt also, wir sind jetzt im sogenannten Observation-Mode. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eigentlich nur eine Beta, ne. Also man testet halt eben, ob alles funktioniert und so weiter, ne. Man möchte keine Bugs mehr haben und man möchte schauen, dass alles sicher ist. Und dann wird es in 8 Wochen die ersten Flair ausgeschüttet bekommen und geben. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich da schon drauf, ob man die dann auch schon direkt bei Flair Finance staken kann. Würde mich natürlich sehr freuen, ne. Ein bisschen Passive Income aktuell in der Zeit ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und ich hoffe mal, dass ihr euch da genauso drauf freut. Und es sieht ja alles gut aus, dass da keine weiteren großen irgendwie Delays oder sowas jetzt kommen. Sehr, sehr cool. Dann wurde Ripple nochmal erwähnt hier in diesem Text hier. Ich kann ehrlich gesagt nicht viel lesen. Die Jahreszahlen 2017, 2020 und Red Cap und La Marcas kann ich hier lesen. Aber alles andere ist mir leider fremd. Jedoch Posted Rift of Caneman, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Verbindung hier ist. Wir sehen hier Arabien und auch die Bank von Ägypten, die ja auch schon öfter mal in Verbindung mit Ripple aufgetaucht ist. Von daher das umso besser. Wir haben Degnum PI, wo es einmal um Hedera geht. Und zwar wie viele Transaktionen pro Sekunde da gemacht werden. Und hier haben wir also knapp 70 TPS pro Sekunde, die jetzt auf dem Mainnet sind. Das Ganze laut Mr. Lemonbird, glaube ich. Also Dragon Glass. Und hier haben wir also die Mainnet und die Testnet Transaktionen. Hier sind wir schon im Bereich von Milliarden. Also das ist auf jeden Fall ordentlich. Aber fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Der TonyButtree.deck postet hier, dass das 2,6 Transaktionen pro Sekunde ist pro Firma, die hier aufgelistet ist. Also das ist natürlich so ein bisschen, ja, da wird man auf jeden Fall noch mehr benötigen, bin ich der Meinung. Gerade sowas wie Google sagt einem natürlich was, ne, hier Telekom, Boeing, Chainlink Labs, was haben wir hier noch, LG, auch sehr bekannt, Ubisoft und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall einiges finden, IBM sowieso, ne. Von daher, da ist aus meiner Sicht noch Luft nach oben, ne. Und auch wenn Hedera ziemlich cool ist, aber 2,6 Transaktionen pro Sekunde ungefähr pro Firma hier, da ist die Nachfrage wahrscheinlich ein bisschen höher, könnte ich schätzen. Und genauso wie bei XRP, und zwar haben wir hier einmal die XRP-Partner im Vergleich zu den Bitcoin-Partnern, natürlich ein bisschen drastischer dargestellt, ne. Klar, es gibt auch schon irgendwelche Bekarrungen, irgendwelche Services, die Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen und so weiter, ne. Deswegen ist natürlich jetzt ein bisschen überdramatisiert hier, aber es zeigt schon mal ganz schön, dass bei Bitcoin die Adaption noch so ein bisschen hinterher hinkt. Und dass teilweise da, wo das schon verbreiteter ist, die Leute das noch nicht so wirklich akzeptieren und nicht so wirklich annehmen. Deswegen hoffe ich natürlich mal, dass generell die Krypto-Adaption weiter steigen wird, auch wenn ich so ein bisschen langfristig natürlich für Bitcoin auch keinen richtigen Use Case mehr sehe. Dann hatten wir lange keine technischen Analysen mehr drin. Der EGRAG-Crypto postet das hier einmal, finde ich auf jeden Fall interessant. Wir sehen hier den XRP-US-Dollar-Chart und hier haben wir also die Phase A, die ging von 2014 an bis 2018. Und wenn man dann sagt, dass von 2018 an die Phase bis 2022 anhält, also auch wieder vier Jahre, dann sieht er hier, ich würde schätzen so Ende des Jahres 2022, hier einen starken Anstieg auf ungefähr, was sagt er hier, 175 Dollar. Wäre natürlich sehr krass, wir hoffen und warten natürlich alle darauf irgendwo und das wäre natürlich eine schöne Sache. Aber man könnte jetzt hier sagen, okay, vielleicht kommen wir jetzt mal hier auf einen gewissen Abtrend. Wer weiß. Dann haben wir noch Ashley mit Mr. Pool Stuff. Hier einmal der Smiley und der Smiley. Da spekulieren manche Leute, ob das Crash bedeutet. Dann hat er auch hier seine Koordinaten nochmal geändert, also neues Profil-Update. Das sind ja immer irgendwelche Random-Koordinaten. Karibik ist es. Und am Ende natürlich wie immer ein Fun-Tweet von Red Crypto Memes. Einmal hier, meine Krypto sind down 80% und dann kommt Homer und sagt, 80% down bis jetzt. Also das kennt man auf jeden Fall auch. Ich glaube, das ist aus dem Simpsons Film. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Das ist ja wirklich so, da ist Bart sehr traurig und dann sagt Homer, das ist der schlimmste Tag in deinem Leben. Bis jetzt. Die alten Simpsons waren schon nice, auch wenn das hier schon die etwas Neueren sind. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis jetzt. Ich freue mich. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Ciao.